Hallo, heute erzähle ich euch in 75 Sekunden etwas über die automatische Nachfüllanlage Dosing Pump ATO von Reef Factory. Hierbei handelt es sich um ein äußerst präzises Gerät, das eine hochpräzise peristaltische Pumpe mit Schwimmerflüssigkeitsstandsensoren integriert. Durch diese füllt die Dosierpumpe ATO den Wasserstand bei sinkendem Wasserstand automatisch wieder auf und sorgt so für stabile Parameter im Aquarium. Durch die Konstruktion der ATO-Nachfüllung auf Basis einer Dosierpumpe entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Umwälzpumpen und damit die Gefahr von Rotorkorrosion, Rost. Die Überwachung der hinzugefügten Wassermenge ist dank der Smart Reef-Anwendung einfach, die über den Status des Nachfülltanks informiert und die Einstellung von Alarmen ermöglicht. Wenn Sie nach einer intelligenten Lösung für die automatische Zugabe von Osmosewasser in das Aquarium suchen, ist die Dosierpumpe ATO von Reef Factory die Antwort auf ihre Bedürfnisse. Details in der Beschreibung.